Es war schon ein gegründetes Lager. Wie, was, wo, weiß ich nicht. Und ich wurde in diesem Lager immer wieder versteckt. Einmal war ich bei einer Frau, die hat Seife gemacht. Wurde dort gesehen, musste ich raus. Einmal war ich gegenüber dem Lager eine Paulin. Und dann habe ich nie ein Kind, ein entbläßtes Kind gesehen. Und ich habe so gestanden, das war ein Baby, soll ich ihn hüten. Und sie hat gesehen, dass ich auf sein Sex gucke. Ich habe nichts Sex gesehen in meinem Leben, weil früher hat man das nicht gesehen. Sie hatte Angst gekriegt, ich durfte bei ihr nicht bleiben. Der Vater immer wieder hat mich versteckt. Im Lager habe ich bei ihm gesessen, hinter dem Schrank. Er wollte nicht, soll ich auf der Liste sein als geregistriertes Kind. Weil die waren erst in den Transporten, waren immer Selektionen im Lager selber. Aber die Schwachen, die Kinder, die Alten, die alle wurden oder erschossen oder transportiert. Das wusste ich nicht, was wo wäre, aber so war das. Ich schnau die erste. EIN Land